In diesem Game brauchst du 400 Tage, bis du das Ende erreichst. In The Longing spielst du einen Schatten im Untergrund, der die meiste Zeit einfach nur wartet. Nämlich darauf, dass der alte König ausgeschlafen hat und erwacht. Moment, du hast geglaubt, es sind 400 Ingame-Tage? Nein, 400 Tage in real life. Was macht man da die ganze Zeit, fragst du. Naja, du erkundest das Höhlensystem im Untergrund, machst ein paar Aufgaben oder liest etwa das ganze Moby-Dick-Buch. Wenn du zum Ende der Höhle oder auch neue Gebiete freischalten willst, musst du warten. So lange, bis etwa eine Spinne ein Netz fertig gesponnen hat oder auch ein Stein von der Decke runterstürzt. Nach den 400 Tagen erwacht der König und das Spiel endet. Und hier gibt es vier verschiedene Varianten des Endes, je nachdem, wie viel du als Schatten geschafft hast.